Was geht ab YouTube und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Ja, ich begrüße euch ganz herzlich zur zweiten Folge Let's Read, die Insel der tausend Gefahren. Erstmal, ihr mal Leute, ihr seid so aktiv, macht richtig Bock, gerade voll viele Likes rausgekloppt mal wieder auf das Video. Wunderbar wieder mitgevoted, macht echt Bock, Alter. Wirklich, macht wirklich Bock. Wir haben Resultat. Müssen wir mal gucken, Strawpool, so. Den Strand entlang laufen mit 21 Votes und drei Leute haben dafür gevotet, mit denen die Hügel hinaufzuklettern. Ich wollte die Hügel nicht hinaufklettern. Das ist schon mal gut, dass wir den Strand entlang gehen. Naja, los. Dann fangen wir mal an, wir lesen los. Ich bin echt voll stolz auf euch Leute, am Voten, am Liken. Gefällt mir, macht echt Bock, gerade ohne Witz. Ich habe wohl Lust auf das Projekt. Aber wir lesen. Du gehst am Strand entlang. Der Sand ist so weich und heiß unter deinen Füßen, dass du hinuntergehst ans Meer. Dorthin, wo der Strand sich kühl und fest anfühlt. Du gehst immer weiter und oft hast du das Gefühl, es endlich geschafft zu haben. Aber dann kommt ein neues Stück Strand. Du bist hungrig und durstig und so müde, dass du kaum noch gehen kannst. Da siehst du plötzlich, wie gleich neben deinen Füßen Wasser aus dem Sand sprudelt. Du gräbst ein bisschen und holst eine Muschel hervor. Und dann noch eine. Du brichst die Schale auf und nimmst das fleischige Stück heraus. Es sieht nicht sehr appetitlich aus. Oh, das wird aber eine kurze Folge. Das war es auch schon wieder. Jetzt haben wir die Entscheidungsmöglichkeit. Wenn du dich entscheidest, die Muschel zu essen, lies auf Seite 11 weiter. Wenn du dich entscheidest, die Muschel nicht zu essen, lies auf Seite 12 weiter. Was machen wir, Leute? Ich weiß jetzt selber nicht. Ich lese natürlich nicht weiter. Ich will auch genau wissen, wie es geht. Es ist auf jeden Fall nicht allzu lange, Leute. Habe ich schon festgestellt. 12. So viele ist es nicht. Wären wahrscheinlich nicht viele Parts. Aber gut. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, wieder zu entscheiden. Ich finde es schade, dass es ein bisschen kurz ist. Vielleicht müssen wir uns doch mal was anderes einfallen lassen. Naja. Wir schauen. Macht auf jeden Fall trotzdem Bock. Ihr habt jetzt entscheidend, essen wir die Muschel oder essen wir es nicht? Das alles unten im Strawpool. Einfach mal wieder voten. Ihr wisst Bescheid. Habt ihr bei der letzten Folge super gut gemacht. Und ja, ich hoffe, dass es diese Folge wieder so gut wird. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.